Hallo und herzlich willkommen beim IT-Founder-Podcast. Mein Name ist Tobias Ziegler, ich bin Gründer und Geschäftsführer der IT-Business-Coach GmbH und auch Initiator von IT-Founder. Warum ich gerade 100.000 Euro verliere und froh darum bin. Darum soll es in dieser Folge gehen, um das Thema ganz konkret, ich erzähle ein bisschen die Hintergründe dazu, aber auch um das dahinterliegende Thema Nein zu sagen, zu einem eigenen Weg zu gehen und nicht immer nur das, was sich gerade anbietet, zu machen. Denn ich habe jetzt gerade tatsächlich genau die Situation. 100.000, tatsächlich sogar ein bisschen mehr Geld, das vor meiner Nase liegt, das ich die letzten Monate verdient habe und das ich auch die nächsten Monate verdienen könnte. Aber dazu gleich mehr. Also kommen wir erstmal zu der Grundbotschaft der heutigen Sendung und schön, dass du wieder dabei bist beim IT-Founder-Podcast und auch noch ein paar Hintergrundinfos, wie es jetzt in Zukunft weitergeht beziehungsweise welche Themen mich gerade umtreiben. Also erst einmal hatte ich ja gerade eine Woche Urlaub, das tat mir richtig gut, ohne Laptop unterwegs zu sein. Ein kleines bisschen habe ich zwischendrin gearbeitet, drei, vier Telefonate gemacht, aber ich konnte richtig gut abschalten und das tat auch richtig, richtig gut. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, falls du selber dir keine Pausen gönnst, dir keine Auszeiten gönnst, falls du am Wochenende arbeitest, falls du wenig Urlaub machst, tu das nicht. Nutze die Zeit und genieße das Leben zwischendurch. Bau dir kleine Pausen ein, kleine Inseln, Zeitinseln, in der du den Moment genießen kannst und ja, wo du einfach mal wieder ein bisschen Kraft tanken kannst und deinen Akku vollladen kannst. Denn dann arbeitet es sich auch besser, dann denkt es sich auch besser. Und genau das ist ein Thema, das mich natürlich jetzt auch umtreibt, gerade aktuell. Warum habe ich mein Business gegründet? Was ist meine Motivation? Was will ich eigentlich? Und ich hole ein bisschen weiter aus heute in der heutigen Episode im Podcast, denn es geht um den Sinn des Lebens. Es geht darum, was macht glücklich? Es geht darum, wie gestalte ich mein Sein und mein Tun? Und das sind jetzt nicht gerade die typischen Themen für einen Podcast, der sich an Unternehmer und Gründer im IT-Bereich richtet. In der Technologie, da kümmern wir uns natürlich ganz gerne um Daten, um Fakten, um Technik. Aber ja, das Leben hat so viel mehr zu bieten. Und am Ende des Tages, denke ich, geht es doch den meisten von uns so, dass wir nach einem glücklichen Leben streben, dass wir zufrieden sein wollen, dass wir irgendwie ein gewisses Gefühl der Erfüllung haben wollen, dass wir vielleicht auch manchmal sagen, ah, okay, vielleicht sollte ich nicht nach den Sternen greifen, vielleicht sollte ich einfach nur zufrieden sein mit dem, was ich habe, vielleicht sollte ich einfach nur funktionieren, vielleicht reicht es mir schon, wenn ich über die Runden komme, aber dann doch irgendwie am Ende der Woche oder am Anfang der nächsten das Gefühl haben, irgendwas fehlt da. Und den Gedanken dann zur Seite schieben und sagen, ja, okay, da ist so viel Arbeit, da ist so viel zu tun, da sind so viele Baustellen, so viele Termine und naja, Rechnungen wollen gezahlt werden. Ich habe vielleicht Verantwortung, also ich persönlich habe jetzt Verantwortung für mich, für meine Frau, für meine Kinder. Für meine Frau kann ich nicht richtig sagen, weil die trägt ihre Verantwortung auch ganz gern selber und verdient natürlich auch eigenes Geld. Aber am Ende des Tages ist das ein bisschen mehr Verantwortung als, ja, einfach nur so über die Runden zu kommen. Ich will natürlich auch schön leben. Ich will hier in dem Haus, in dem wir zur Miete wohnen, das will ich uns leisten können, ein Auto zu haben, mit dem wir durch die Gegend fahren können, Urlaub machen zu können, gerne auch mal öfter, sich nicht irgendwie einschränken zu müssen finanziell. Das sind Dinge, die für mich glücklicherweise in den letzten Jahren nie ein Problem waren, aber auf die ich auch nicht verzichten will. Und vielleicht hast du auch Verpflichtungen. Vielleicht geht es dir darum, deine Altersvorsorge irgendwie aufzubauen, dein Haus abzubezahlen. Vielleicht geht es dir aber auch darum, einfach nur deine Rechnung bezahlen zu können und dir selber ein einigermaßen angemessenes Gehalt ausbezahlen zu können für die ganze Arbeit, die du so tust jeden Tag. Und in dieser Verpflichtung, in diesem Alltag, in diesem Trott, da machen wir so viel und haben so selten Zeit und gönnen uns auch so selten die Zeit, mal darüber nachzudenken, ist das eigentlich das, was ich will? Erfüllt mich das eigentlich? Macht mich das glücklich, was ich hier gerade tue? Erlaube ich mir auch mal Alternativen zu denken? Kann ich mir vorstellen? Will ich mir vorstellen? Traue ich mich, mir mal zu überlegen, was dann wäre, wenn ich das aufgeben würde, wenn ich das aufhören würde, wenn ich das loslassen würde, wenn ich mal was ganz anderes machen würde. Und für mich ist das ein kleines Bild, an das ich da immer gerne denke. So, ja, eigentlich mehr mit einem Zwinkern, aber mit einem Funken Wahrheit. Ach, hätte ich bloß was Gescheites gelernt oder irgendwann in meinem späteren Leben, da werde ich mal Gärtner, mal mit was anderem zu arbeiten, als Komplexität, als Technologie, als abstraktes Zeug, wo man am Ende des Arbeitstags einfach schmutzige Finger hat und weiß, okay, das habe ich jetzt gemacht. Das war meine Arbeit. Und jetzt verlasse ich meinen Arbeitsplatz und nehme keine Arbeit mit. Wirklich machen würde ich das nicht wollen. Aber was mich an diesem Gedanken fasziniert ist, hey, es gibt Dinge in meinem Alltag, es gibt Dinge in dem Leben, das ich lebe, die mich stören, die ich gern anders hätte. Und die traue ich mich auch, sie zu denken und mir das einzugestehen, dass halt nicht alles perfekt ist. Und dass man auch bestimmte Dinge, dass ich auch ganz konkret für mich bestimmte Dinge, die ich mal geträumt habe, vielleicht heute anders sehe, dass ich auch mal loslassen kann und sagen kann, okay, das hat nicht geklappt oder da will ich was anders machen. Oder da traue ich mich, mal von vorne anzufangen. Und eins dieser Themen, das jetzt gerade ganz konkret auf meiner Fragezeichenliste steht, ist dieser Podcast. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, 150 Folgen, jede Woche eine, vom IT-Founder-Podcast aufgenommen und ich bin mir nicht sicher, ob ich den weiterführen werde, ob ich den in dieser Form weiterführen werde, ob ich den vielleicht komplett einstelle, ob ich ihn vielleicht neu erfinde und andere Themen reinbringe. Ich weiß es nicht und genau das möchte ich mir die nächsten Wochen überlegen, einen Plan dazu machen. und ich nehme dich jetzt schon mal so ein bisschen mit auf die Reise, deswegen erzähle ich dir, was da gerade in meinem Kopf so abgeht. Denn, ich höre mal wieder ein Hörbuch, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. In dem Hörbuch geht es um, ja, Philosophie. Es geht eigentlich um das Leben, um das, was uns sonst noch so beschäftigt, außer der ganzen Arbeit. Und das hat bei mir mal wieder getriggert, dass mich auch mehr Dinge interessieren, als einfach nur Unternehmertum Unternehmertum und die IT-Branche. Nicht, dass das wenig wäre. Unternehmertum für sich ist ein Riesenthema und auch die IT-Branche ist ein Riesenthema. Aber mich interessieren auch Dinge wie Kommunikation, mich interessieren Dinge wie Psychologie. Wie ticken wir Menschen so? Wie gestalte ich mein Leben? Und das kam mir tatsächlich in den letzten Monaten in meinem Arbeitsleben deutlich zu kurz. Da möchte ich wieder mehr gestalten, da möchte ich wieder mehr die Ideen, die Dinge, auf die ich einfach Bock habe, leben. So stand ich auch vor der ganz konkreten Frage. Jetzt haben sich, ich habe jetzt in den letzten zwölf Monaten, fast elf Monaten, sehr intensiv in einem Projekt gearbeitet. Da geht es um das Thema E-Mobilität, also digitale Produkte für Ladeinfrastrukturen, wo man Elektrofahrzeuge aufladen kann, neue digitale Services zu entwickeln. Und das war und ist eine super spannende Zeit. Das ist auch ein super spannendes Thema, das mir wirklich Spaß macht. Aber es haben sich auch ganz, ganz viele Themen bei mir angesammelt, wo ich gesagt habe, hey, da müsste ich unbedingt aufräumen, da müsste ich unbedingt liegen gebliebene Sachen erledigen. Und ich habe vor Jahren mal eine kleine Coaching-Session mit einem befreundeten Coach und Kollegen und man konnte fast sagen Freund, auch wenn wir uns viel zu selten sehen, gehabt. Und da kamen wir auf das Thema, was motiviert mich, was macht mir richtig Spaß? und wir hatten so dieses Bild und vielleicht hast du das in der früheren Podcast-Episode schon mal gehört. Du sag mal, Tobi, das, worauf du eigentlich Lust hast, so hat er es dann in Worte gefasst, ist doch, dass du jeden Monat so ein kleines Entchen, so ein Experiment, so ein kleines Entchen aufs Wasser setzen kannst in deinem Unternehmen und gucken kannst, ob das schwimmt oder nicht. dass du neue Geschäftsideen ausprobierst. Und dieses Bild, was Neues auszuprobieren, dieses Entchen aus Wasser zu setzen und zu gucken, ob es schwimmt oder nicht, genau das hat mir die letzten Monate deutlich gefehlt. Ein paar Projekte mache ich, ich bin auch in ein paar neuen Unternehmen mit engagiert und involviert als Gesellschafter und in verschiedenen beratenden Funktionen, aber das ist zu wenig. Da möchte ich viel, viel mehr machen und werde auch viel mehr machen. Und so stand ich jetzt gerade vor der Frage, ob ich mein aktuelles Engagement verlängern kann und will, wo ich wirklich gutes Geld verdiene und wo ich auch wirklich Spaß an dem Projekt hatte. Nicht alles ist super, wie in jedem Projekt gibt es natürlich auch limitierende Faktoren, wo man sagt, ah, das ist ein bisschen schwierig. Das ist aber normal. Ich meine, das hat jeder von uns in Projekten mal und musste schweren Herzens für mich die Entscheidung treffen und sagen, okay, mache ich jetzt weiter und da einen finanziellen Einkommensstrom im sechsstelligen Bereich über die nächsten Monate, also über 100.000 Euro oder sage ich nein und verzichte da drauf. Und du kannst dir vorstellen, dass die Entscheidung nicht besonders leicht gefallen ist, ein sicheres Projekt herzugeben, wo man ortsunabhängig arbeiten kann, wo man wirklich gutes Einkommen hat und dafür wieder stärker in die Unsicherheit zu gehen und sagen, hey, ich mache jetzt wieder mehr eigene Projekte. Aber ich habe die Entscheidung auch gerne getroffen und ich habe die Entscheidung für mich getroffen. Und für mich heißt, für das, was mich bewegt, für das, was mich umtreibt und für das, worauf ich Bock habe, für das, warum ich hier bin. Und dazu gehört halt eben, jeden Monat mal ein Entchen aufs Wasser zu setzen, ein Experiment zu wagen und zu gucken, ob ein neues Geschäftsmodell funktioniert, ob ein neues Produkt funktioniert und mich in Startups einzubringen, mich in Unternehmen einzubringen, andere Unternehmer zu coachen, denen zu helfen, ihr eigenes Business zum Fliegen zu bringen. Und genau das werde ich jetzt einfach auch verstärkt tun in der zweiten Jahreshälfte. Da habe ich voll Bock drauf. Und deswegen bin ich aber auch gerade am Überlegen, wenn man sich schon ein wenig neu erfindet und neu justiert, welche Rolle dieser Podcast dann spielen wird. Wenn du Ideen dazu hast, wenn du Gedanken dazu hast, wenn du mir dein Feedback geben möchtest, total gern. Also jetzt ist eine super Gelegenheit dazu, mir einfach mal eine Nachricht an tobi.it-founder.de zu schicken oder einfach auf LinkedIn, Tobias Ziegler, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer du mit mir connected bist oder Lust hast, dich mit mir zu connecten, genau das zu tun und mir deine Rückmeldung zu geben. Ob du dich freuen würdest, wenn der Podcast weiterläuft, ob du dir irgendwas wünschst für die Zukunft, ob du dich freuen würdest, wenn ich irgendwas anders machen würde im Podcast oder was auch immer dir gerade einfällt. Und ich würde mich riesig über dein Feedback freuen, denn das hat mir in den letzten Monaten tatsächlich gefehlt. Ich habe im Podcast hier viel zu wenig Rückmeldung bekommen und deswegen bin ich auch unklar und so ein bisschen am Tappen in dunklen, ob das jetzt der richtige Weg ist, den einfach so weiterzumachen. Für mich fühlt sich das so an, als wäre jetzt der richtige Moment gekommen, den einfach nochmal in Frage zu stellen und gegebenenfalls einfach auch neu zu erfinden. Also melde dich gern kurz bei mir, ich würde mich riesig über dein Feedback freuen und ja, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder im IT-Founder-Podcast. Alles Gute, ich wünsche dir richtig, richtig viel Erfolg mit deinem IT-Unternehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.